Und damit herzlich willkommen zu unserem neuesten Projekt, wie ihr richtig sehen könnt, spielen wir Harvest Moon, der erste Teil, der 1996 rauskam. Und ja, jetzt wird mir gleich erstmal wieder eine schöne Demo angespielt. Für alle Leute, die Harvest Moon nicht kennen, es ist eine Lebenssimulation von einem Farmers-Jungen. Das heißt, wir werden einen Bauernhof leiten, sozusagen, wie man es da auch schon richtig sieht. Wir spielen diesen Jungen dort, der hat diese Farm von seinem Vater übernommen. Und ja, wir müssen die halt so gut instand halten, wie möglich. Und ja, alles weitere, ihr werdet das Let's Plays sehen. Also, wir haben Dorfbewohner, mit denen wir quatschen können und müssen Sachen anpflanzen und haste nicht gesehen. Ich spiele das Ding auf dem Super NES, also ich spiele mein Emulator, weil ich keinen Graver habe. Und ich glaube auch nicht, dass man das mit dem Super... Jetzt hört doch mal auf, wenn wir zu den Dämonen vorzuspielen. Und ich glaube auch nicht, dass man das mit dem Super NES einfach so machen kann. Graben habe ich zumindest noch ausgetastet. So, auf jeden Fall starten wir mal ein neues Spiel. Und ich muss mich erstmal an die Tasten gewöhnen, weil ich habe eben schon so ein bisschen rumprobiert und, ähm... Naja. Los geht's. Hallo, du bist derjenige, der hier auf der Farm arbeitet. Wie heißt du? Wie heißen wir denn? Ach, äh... Ich nenne mich einfach Lux. Äh... L... L... Äh, wo ist denn das U? U... X... Z... Äh... So. Lux, ich bin der örtliche Warenhändler. Jeden Abend komme ich vorbei und hole die Waren aus der Sammelbox ab. Schön, dich kennenzulernen. Rede mit den Leuten im Dorf. Sie werden dir mit Sicherheit weiterhelfen. Und jetzt gehen wir erstmal eine Runde zum Dorf. Und da fahren wir ja natürlich, äh, mit Auto hin, weil das, äh, Dorf, äh... Trilliarden, Kilometer wirklich weg ist. Das ist wirklich bloß ein Ladebildschirm weiter. Genau hier. So, und jetzt bin wir im Dorf angekommen. Und damit begrüße ich euch jetzt nochmal recht herzlich zu Harvest Moon. Das wird der erste Teil, der allererste Teil von Harvest Moon. Und, ähm, unsere einzigste Aufgabe jetzt ist es wirklich, äh, mit allen Dorfbewohnern hier zu sprechen. Kein Witz. Machen wir's einfach mal. Sei gegrüßt. Ich bin ein Wann, was, Wann, der Nehändler. Leider hat, äh, hab ich nichts anzubieten. Wenn du etwas verkaufen willst, kannst du jederzeit vorbeischauen. Kein Problem, mach ich gerne. Rennen können wir auch. Achso, hier können wir, geh, schnell wechseln, so können wir rennen. Ich muss vorhin erstmal die Tassen umlegen und... Naja, jetzt hab ich's endlich geschafft, weil's ja nicht so einfach war. So, red mal, habt ihr hier. Willkommen. Du hast ja viel zu erzählen, oder? Sagst du noch mehr? Hallo, junger Farmer. Ich habe hier ein nützliches Utensil. Wenn du Gemüse anbauen willst, äh... Eine nagelneue Gießkanne, fülle sie mit Wasser aus dem Teich. Ich bringe sie in den Schuppen. Nanananana. Um mal linken, äh, um mal... Ein bisschen Zelda-Stimmung hier reinzubringen. Einfach mal gleich eine Gießkanne geschenkt bekommen hier. Ach, schön sind die Leute. Einfach nett. Einfach nett, hier gefällt's mir. So, der Priester, oder der Pfarrer. Wie geht es dir, mein Sohn? Ich bin der Priester dieser Kirche. Rede mit allen Leuten im Dorf. Sie wissen viel zu berichten. Äh, versäume auch nicht die Schilder. Bilder zu lesen. Ähm, klar, mach ich. Hallo, kleiner Junge. Sei gegrüßt. Sei auch du gegrüßt, mein Freund. So, gehen wir doch mal rein hier. Und da ist gleich... Da ist sie. Da ist ein Mädchen. Äh, ich sag jetzt einfach nichts. Da ist ein Mädchen und jeder, der es weiß, was wir mit diesem Mädchen machen können, der weiß es halt. Und, äh, der Rest weiß es nicht. So. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Gehört dir die große Fahne? Mein Name ist Maria. Endlich ein neues Gesicht in der Gegend. Ha, schön, Maria. Äh, sprinten wir da. Da haben wir ein Buch. Ereignisse des Jahres. Erster Frühling. Neujahrsfest. Dreienzweißer Frühling. Äh, ja. Dreienzweißer Frühling. Blumenfest. Zwölfter Herbst. Äh, Erntedankfest. Zwanzigter... Zwanzigter Herbst. Eierfest. Äh, zehnter Winter. Erntedankfest. Vierenzweißer Winter. Und, äh, Kometenfest. Ähm, ja, das muss ich noch ganz gut sagen. Also, wir haben hier, ähm, das Ding hier ist wirklich in echten, also nicht in echten, sondern in einfachen Tage und Jahreszeiten und Jahre gegliedert. Wir spielen das Ding hier zweieinhalb Jahre. Hahaha, ich spiele das Ding bestimmt zweieinhalb Jahre. Nein, äh, wir spielen das Ding 30 Tage. 30 Tage lang, äh, geht eine Jahreszeit, wir haben vier Jahreszeiten. Also, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und, äh, wir haben ein Tag, ein Tag in ungefähr zehn Minuten. Zumindest steht das so auf Wikipedia. Und wir haben 30 Tage in einem, äh, in einem, äh, in einer Jahreszeit. Das heißt, 30 Tage, zehn Minuten, vier Jahreszeiten, viel zu viel. Was bist du, Elif, Klaus? Guten Tag, wie geht's? Ich bin hier der Bürgerbeister. Nett, dich kennenzulernen. Im Schuppen findest du einige Werkzeuge, die noch von deinem Großvater stammen. Dann liegt auch ein Buch herum, das ihre Anwendung erklärt. Aha, aha, aha. Ich weiß ja auch nicht, wie man, äh, eine Hake benutzt oder, äh, eine Gießkante zum Beispiel. Das ist schwer für mich. So, gib's hier irgendwen? Dim, 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 dim. Und lustig? Komm ich da vorne? Wo komm ich da hin? Komm ich da hin? Komm ich da lang? Ah, da vorne liegt ein Zettel. Lesen. Kann ich den nicht lesen? Hä, schade. Dann gehen wir halt wieder raus. Bisschen Hausfriedensbruch begangen. Ist aber auch nicht schlimm hier. Da, 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 da. Ah, wer bist du denn? Wie geht's? Ja, das Leben ist hart. Aber da müssen wir durch. Ich habe eine Tochter. Sie müsste in der Kirche sein. Ach so, das heißt, äh, du bist die Mutter von Maria. Okay, was geht da ab? Äh, Briefkasten, Briefkasten. So, da war ein Briefkasten. Hier ist ein Springbrunnen. Wer bist du denn? Hallo, woher kommst du? Äh, du kriegst das mit der Farbe ganz allein hin? Ohne deine Eltern? Großartig. Deine Eltern müssen großes Vertrauen in dich haben. Ja, haben sie, ich bin Einzelkind. Das, äh, ist so angeboren, das müssen sie einfach haben, ansonsten, ne. So, wen haben wir denn hier schickes? Äh, die Kneipe ist heute geschlossen. Außer Sonntags haben wir jeden Tag geöffnet. Kommt nicht heute den Sonntag vorbei. So was haben wir hier? Da sind besser und gabel dran, das heißt, sie ist was zu essen, hoffentlich. Wer bist du denn? Hicks, äh, warst du schon einmal hier? Hicks, warst du schon einmal hier? Äh, Hicks, warst du schon einmal hier? Äh, nein. Ich war noch nicht hier und ich möchte im Ehrlichzeit auch gar nicht hier sein, wenn ich mir so die Gesichter von den Typen angucke. Hallo, du solltest jeden Tag tüchtig essen, um dabei Kräften zu bleiben. Oh, Gild, kann ich das hier mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Äh, diesen Kuchen kannst du halt weder essen oder verschenken. Er kostet nur 500 Gold. Kaufen? Äh, ich hab nur 300 Gold. Verpflegst du scheiße, ich zu wüsste, wie gut dieser Kuchen ist. Ja, dann schenke ihn mir doch. Ach, 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 weil diese geizige Leute. Oh, guck mal, ein Vögelchen. Oh, Mann, ist der niedlich. Ach ja. Äh, so, was, was, wo sollen wir jetzt als nächstes hin? Bist du der neue Großgrundbesitzer? Großgrundbesitzer, hört sich auch irgendwie komisch an. Ich heiße Anne. Wir werden uns sicher gut verstehen. Natürlich werden wir das. Oh lala. Ja, das werden wir. Äh, tralalala. Ach, hier, ein Handwerksladen. Hier können wir auch unsere Geräte kaufen. Ich hab Gerät gesagt. Äh, nur ordentlich ging sie laut. Das sieht irgendwie falsch aus. Ah, so. Äh, die Werkzeuge liegen im Schuppen. Mit dem A-Knopf kannst du sie aufnehmen. Drücke den Y-Klopf, um sie einzusetzen. Das ist cool, dass ich die Steuerung geändert hab und sie jetzt komplett anders liegen. Yay. Ich liebe es einfach. Och. Und ich hoffe, ich kling grad nicht zu schlimm, weil ich wirklich noch ein bisschen erkältet bin. Aber ich wollte einfach wirklich ein Video raushauen. Weil ich, äh, schon so lange nichts mehr gemacht hatte. So, hier vorne haben wir den, äh, Bauern. Hi Farmer. Sorge für ausreichend Weiderland, damit deine Hühner und Kühe immer lecker Futter haben. Ich habe noch einige Gras haben übrig. Ich bringe sie in deinen Schuppen. Komm bitte zur Theke, wenn du Hühner oder Kühe kaufen möchtest. Natürlich. So, Hühner oder Kühe kriegen wir also hier. Tadadadada. So, was haben wir hier für ein nettes kleines Häuschen? Tadadadadadadadada. So wie die Wettervorhersage. Übrigens können... Oh, sorry. Übrigens können wir auf Wettervorhersagen gucken. Das heißt, wir haben ja auch wirklich einen Fernseher. Krasse Scheiße. Tritt näher, Jogamann. Weißt wohl nicht zurecht, wo du anfangen sollst. Mach dich zunächst mit den Werkzeugen vertraut. Das Buch im Schuppen wird dir helfen. Die Floristin erzählt dir etwas über Blumen. Der Viehhändler weist dich in die Kunst der Viehhaltung ein. Ha, 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 ha. Du bist ja echt schlau, das wusste ich ja auch schon. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir mit ihm gequatscht, oder? Oder? Ich schlage vor, dass du noch ein wenig mit den Leuten sprichst. Ja, super. Ach so, hier war ich schon drin, oder? Hier war ich schon. Ja, stimmt, die Alter hat mir die Gießkanne gegeben. Äh. Äh. Ja. Ja. Die Bäume sehen auch geil aus. Ich würde die auch gerne im Garten haben. Aber nö. Ich sollte übrigens auf Schilder achten, meinte der eine vorhin. Wo sind denn hier Schilder? Was steht da denn dran, ne? Steht da nichts. Nö, steht nichts. Da, da, da. Der Bukurhübel ist geil rüberspringen, glaube ich, oder? Geht das? Yay. Oh, der macht aber dieses geile, epische Geräusch. Yay. Ultra geil. Äh, ja. Mit welchen Leuten soll ich da jetzt noch reden? Mit ihm hier? Wie geht's dir, mein Sohn? Ich bin der Priester der Kirche. Rede mit allen Leuten im Dorf. Schilder lesen. Zeig mir die Schilder und ich zeig dir, was, äh, ich wissen will. Wolltest du die Zettel lesen? Klar. Äh. Zur Frischzellenkuh. Ab in, in die Heilquelle. Aha. Okay. Aber mit ihr hatte ich auch schon gequatscht. Ich geh mal wieder raus. Das war auch mein, so, äh, so mein erstes Problem bei dem Spiel. Äh, ich wusste nicht mehr, wo ich nachher hin soll. Weil ich dachte mir so, hö. Das hast du als abgegrast, hast du mit jedem gelabert. Aber irgendwie war da immer noch irgendwer übrig und ich wusste nicht wer. Was liegt da denn Schönes? Äh, hallo? So. Tiere, Kühe, Hüter, Milch, Eier, Gras. Äh, neue Wommelkälber können noch nicht gemolken werden. Nach 21 Tagen geben sie erstmals Milch. Halte sie immer gesund und bunter und vergiss niemals sie zu füttern. Bei Regengewitter oder gar einem Wirbelsturm musst du sie in den Stall führen. Regen ist Gift für die Kühe. Sie geben keine Milch, werden krank oder bekommen furchtbar schlechte Laune. Äh, na, das wollen wir uns bestimmt nicht antun, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Was gibt es hier noch? Äh, Steuerung. Ich will nach Hause. ich habe angst ja okay ja 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 sei gegrüßt Lerner Lerner Prozent Tralala Lerner die Stelle noch unbedingt irgendwen mit dem wir reden sollen ich weiß gerade nicht die Töte bei Klaus hatte sogar eine Frau hallo ja das hat wir alle schon wie gesagt ich bin Einzelkind das ist gut Bürgermeister äh ja auch alle schon da 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 vielleicht auch schon bloß eine Frau wo bisher wer erzählt ich weiß es nicht zum Beispiel das gab es gehabt die Leibhaus Maria ich halte nett zu sein ich habe ja 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 da 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 ja hier gibt es auch nicht mehr und ich würde sagen ich mache es mal eine kleine Aufnahmepause heute und ich laufe fix zurück und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder und bis dahin sage ich Tschüss und auch Wiedersehen bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin